Küsschen für den Feuerwehrmann. Das war der Dank eines Hundewelpen nach erfolgreicher Rettung aus einem Steinhaufen. Fahrradfahrer hatten das jaulende Jungtier am Samstag im US-Bundesstaat South Carolina gehört und die Feuerwehr verständigt. Mit Hilfe eines Tierarztes soll jetzt der Mikrochip des Tieres ausgelesen werden und der Welpe dann zu seinen Besitzern zurückkehren.